Hallo Bruno. Hi Thomas. Jetzt sind wir nochmals hier. Genau. Die letzte Fahrt als Verwaltungsrat und ich als Präsident. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja, sehr komisch. Aber schön, dass wir hier sind. Denn hier sind wir ja genau hier. Das wäre eigentlich die Anstation des 3S. Ja genau. Wo wir dann hier hoch wären. Nein, jetzt stützen das Oberst oben. Kein Steinschlag. Ich habe Lawinengefahr. Und dann ist es leider nicht gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Bahn abgeschossen worden. Ja, das wollen wir sagen. Und dann wussten wir ja nicht, was zu machen. Und ich kann mich gut erinnern, als du dann an einem Morgen anrufst. Und du hast gesagt, ich habe träumt und ich habe eine Idee. Man baut einfach eine Standzahlbahn da drauf. Und wenn du das so siehst, wenn du das jetzt wieder wegdenkst. Dann kommt kein Mensch auf die Idee, dass man hier eine Standzahlbahn bauen kann. Aber du hast sie ja trotzdem gehabt. Ich bin dann auch einmal darüber abseilt. Das ist auch noch so. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber im unteren Tunnel, in den Rinnen. Ich habe ja nicht ganz genau gewusst, im Wald bin ich am richtigen Ort. Und dort hat sich beim Abseilen, beim Seilabziehen, das eine Seil verhängt. Da habe ich gedacht, ich werde noch einmal. Oder morgen steht dein Blick. Der Liftfahrt ist irgendwie anders. Abstürzt. Es muss dann irgendwie daraus rauskommen. Und das hat dann auch funktioniert. Ich ging auch zur Caraventa und sagte zuerst, Bruno, du spinnst. Das hat meine Frau schon gesagt. Wir brauchen eine Lösung und nicht, dass wir spinnen. Und ja, es ist an der technischen Grenze, aber wir sehen jetzt, wie es läuft. Also, dann fahren wir noch einmal, oder? Ja, gehen wir noch einmal. Genau, geniessen wir die Fahrt. Geniessen wir die Fahrt. Und jetzt sowieso. Auf dem Stoss auf die Schweiz Ist ein Paradies Nachher wird all von Anfang Und jeder mit seinem Stand Wie ein ganz Berg hoch Wenn ein paar Rosen sehen Und ein froher Jutz Kehrst auf Stoss auf die Schweiz Boa Ich bin sicher schon 100 Mal gefahren und es ist jedes Mal verankert Das ist jetzt schon ein Wahnsinnserlebnis. Für sehr viele Leute ist das schon ein erster Höhepunkt. Die Fotos, die immer gemacht werden, die Mieter, die immer gemacht werden. Ja, das ist fast neustisch. Das Morgeneverlinge. Manchmal haben wir Glück und da ist dann noch das Gänse. Wir sind ganz 5-6 Meter neben der Trasse. Aber es ist eher am Morgen oder am Morgen. Jetzt hast du das Gefühl, es sei schon recht steil. Dabei ist es ja noch nichts. Jetzt kommen wir hier in den ersten Tunnel. Unsere Sorgenkinder. Ei, 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 ei. Da bin ich eher verzweifelt. Unsere Arbeitsgemeinschaft. Trassetunnel. Ein paar Wochen haben wir für eine Pilotbordung, oder? Am Schluss sind wir 2,5 Jahre auf dem Tunnel gewesen. Und dann haben wir ein paar Mal gedacht, können wir es überhaupt machen. Das ist eigentlich die kritischste Phase gewesen, bis die blöden Tunnel endlich mal durchgehalten hätten. Ei, ei, ei. Jetzt fahren wir einfach so. Dann fährst du nachher irgendwie 20 Sekunden durch den Tunnel durch. Dann fährst du nachher. Ja, ja. Weisst du, was mir da auch immer in den Sinn kommt? Die allererste Fahrt mit der Frau Bundespräsidentin Eutthard damals. Sie stand doch auch da und hat die Tagesschau gesagt, schau sie doch mal an. Und dann hat sie sich hier, wuuuuh. Sie hat Angst gehabt. Sie hat Angst gehabt. Fast einmal Respekt sicher. Auf dem Stoss auf die Schweiz Ist ein Paradies Im Sommer gibt's da Edelweiss Und im Winter Schnee und ... Es ist doch immer das Gerücht rumgegangen. Die Station sind jetzt Kurzburg. Ja, ja, genau. Sie haben gar keinen Platz. Der Stand ist ... Ja, jetzt können wir etwas anderes für Platz haben. Ja, komischerweise war sie bei ihnen. Ja, komischerweise hat sie Platz. So, wären wir da. Gehen wir raus raus. Ohh, hoi, hooooooh, hooooo, 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 hooooo. Ah, schau jetzt, ist gerade in das Flanchen gekommen. Ich sehe, wie viele Leute hier laufen. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Jetzt sehst du den Effekt von dem was wir da haben? Und ich merke, wenn es so schönes Wetter ist, ist ja klar, dass es viele Leute gibt und keine. Aber was ja grundlegend anders ist, ist, wenn es Wüstwetter ist, hat es auch Leute. Ja. Also an Wüstetagen haben wir so viele Leute wie an anderen schönen Tagen. Das ist ja so, ja. Die Grunderschliessung ist ja nicht per se selber etwas, was funktioniert, sondern es ist etwas, das dem Gebiet zu helfen. Dass das Gebiet erhalten bleibt und dass es sich weiterentwickelt. Ja, an unserem Start hatten wir 10% im Sommer, 90% im Winter und jetzt ist es fast 50-50% und das ist super. Ja, das ist super. Ja, schau jetzt, das passt auch. Das Rössli. Nein, das ist auch unser Traum sein, dass das Rössli auch im Sommer kommt. Dass das Rössli auch im Sommer kommt. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Ja, jetzt kommt es. Jetzt kommt noch das Rössli auch im Sommer. Wie lange haben wir an dem gepickelt? So schön. Ja. Da geht auch Leute drauf. Ja. Ja. Eine Freude wie ein kleiner Junge. Ja. Fertig. Ja. Jetzt gibt es aber Gas. Hoppla du. Gibt Haber. Hoffentlich fährt er dann nicht schneller als 20. Und schau jetzt schon wieder Leute. Ja. Ich habe mal gesagt, wenn ich nicht mehr im VR bin, nehme ich einen Liegestuhl, hocke nach oben und habe einfach Freude, weil die Gäste kommen und wieder zufrieden gehen. Wenn jetzt los ist, wenn es ganz ruhig ist und am Abend alle nach Hause sind, hörst du nur noch die Glocke. Ja. Es ist ja so. Es ist wunderbar. Und das ist etwas vom Schönsten überhaupt. Es ist wunderbar. Ja. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Es gibt einige Kinder, haben etwa am halben Elf eine Wollentechnik mitgenommen und sind die auf die Bänke gelegen, um da die Perseiden-Schnuppe zu sehen. Ja, etwa drei, vier haben wir gesehen. Und dann hat es immer gebimbeln hinten dran. Das ist einfach so beruhigend. Es gibt auch Leute, die sich laufen ab und nehmen. Aber ich finde das etwas von beruhigendem, das überhaupt kein Problem. Ja. Jetzt mache ich mir noch ein Selfie, das letzte Selfie, schau ich an, warte, mit dem I, warte, jetzt müssen wir, jetzt muss ich mal kehren, ja, perfekt, wie, wie zwei Kinder sind. Es ist jetzt nur speziell, dass die letzte Fahrt da mit dem Pronabstock ist, weil ich bin ja eigentlich ein Klingenstöckler, da hatten wir nie viele Differenzen, aber da hatten wir auch ein bisschen Diskussionen wegen dem Klingenstock. Und das ist ja das traurige Ereignis, jetzt da genau bei den Stützensieben, wo wir den schweren Unfall hatten, genau. Es freut mich ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich da drüber reinfahre, das kommt mir einfach jedes Mal in den Kopf, das hätte das müssen sein. Ja. Sehr traurig. Ja. Und weisst du, wir haben wirklich immer, also wirklich Sicherheit gehabt, er ist bei allen immer vorgegangen. Absolut. Und den meisten Respekt haben wir ja gehabt vor dieser Baustelle, vor der Grunderschliessung. Ja. Weil dort alle immer müssen abbunden sein und Steine schlagen. Ja. Und dort haben wir wirklich, haben wir es geschafft, trotz diesen Materialseilbahnen und Umfällen, dass nie Personenschade gegeben hat. Ja. Als Verwaltungsrat und als Präsident die Verantwortung, ich kann da niemand wegnehmen. Nein. Das hast du einfach. Das ist ja so. Ja. 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 So. Ja. Jetzt sind wir jetzt am obersten. Ja. Kannst du jetzt sagen. Ein bisschen, ein paar Meter, zwölf Meter. Aber da ist natürlich die Aussicht. Kannst nicht schlagen. Es ist einfach anders. Steine, wo ich aufgewachsen bin. Ja, und dort bin ich aufgewachsen. Ja, ich habe. Ich bin in Zucke vor und in sechs Jahren zu Kankold bin. Jetzt komme ich in Zucke. Das habe ich gar nicht gewusst. Gibt es ja nicht. Aber sind wir am Höhepunkt der Stossbahnen? Auf einer guten Höhe, denke ich. Wir haben viel erreicht. Aber es gibt immer etwas zu tun. Und der Ivo und die Konsorten sollten auch etwas zu haben. Können wir den mit Knut zu holen und als Aktionär zu holen. Und eine Frage stellen. Wir stellen dann die Fragen, die die Aktionärer sich bis jetzt nicht durften zu fragen. Die stellen wir dann. Aber ich denke, wir sind ja nicht wie ehemalige Bundesräte, die immer noch etwas sagen. Sondern wir werden ruhig sein. Und sie unterstützen. Aber äh... Wir wissen ja, dass es nicht immer einfach ist. Nein. Aber was mich am meisten freut, ist, neben all den Anlagen und alles, was wir hierher gebaut haben, dass wir ein Unternehmen haben, das funktioniert. Nein, nein, das ist super. Super, ja. Selbstständiges Unternehmen. Und schier 200 Leute unter Vertrag. Alles zusammen zählt. Ja. Unglaublich. 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 Nein, das ist eine schöne. Das ist eine schöne Geschichte. Und das fragt mich eigentlich am meisten, dass das Unternehmen funktioniert. Und wenn das Wetter ist, so wie heute. Ja, das ist ja herrlich. An uns am Tag so schön. Die Leute und zufriedene Gesichter überall. Das macht Freude. Das macht auch sinnig Freude. Ja, ja... Hat mir schon gut gemacht Robbo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.